Lilli und Max sind am Strand von Langeoog und sehen eine Robbe unter einem Netz. Komm Lilli, lass uns die Robbe retten. Lilli, helft doch mal wer mit. Manu! Doch es klappt nicht. Sie sehen einen Erwachsenen und fragen, ob er ihnen helfen kann. Ich werde euch niemals helfen. Robben sind meine Feinde. Sie fressen mir meine Arbeit weg. Komm Max, wir versuchen es noch einmal. Und mit ganz viel Mühe schaffen sie es doch, die Robbe zu befreien. Die Robbe robbt wieder ins Meer und schwimmt weg. Schau mal, da ist ein rotes Kreuz. Wow, eine Schatztruhe. Lass uns gucken, was drin ist. Lecker! In der Schatztruhe sind ganz viele leckere Süßigkeiten. So wurde aus einem langweiligen Tag doch noch ein schöner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.